So, Cliff Empire starten wir mal. Unser altes Spiel, das wir schon so lange spielen. Wir werden jetzt mal ein bisschen weiter optimieren. 2100 Einwohner, soweit ich mich jetzt noch erinnert. Viel zum optimieren gibt es da eigentlich nicht mehr. Weil, wie gesagt, oder noch nicht erwähnt, sind die Plätze knapp. Da wäre so ein Beispiel, glaube ich, noch ein Platz. Aber schließlich braucht man ja immer auch ein paar Arbeitsplätze, wenn man nur Einwohner reinklatscht. Was machen wir denn da? Jetzt schauen wir uns erst einmal die Wirtschaft, glaube ich, an. Die ist immer kitzlig. Was haben wir denn da? Naja, Strom wie immer mangelbar. Aber es reicht aber gerade so. Schauen wir mal, wo sehen wir den Titan? Schauen wir mal Behavently. Wasser ein bisschen knapp, aber zum Glück haben wir eine Pipeline. Aber dafür ist Strom ganz gut. Schauen wir mal drei Obelisk. Ja, da habe ich die ominösen Kapseln. Aber die Produktion der Kapsel ist so langsam. Ich meine, drei Tage braucht er für eine Kapsel. Es ist etwas lang. Schauen wir mal. Irgendwie noch ein Minus. Samt Kapseln. Und 700 Sonne. Was auch nicht. Was machen wir jetzt zum Max? Irgendwie kriege ich die nicht richtig in den Griff, die Energie da. Ich glaube, ich muss mir mal Energie nachkauen, ne? Kann man Energie kaufen, ne? Könnte man sogar. Uh, Schaufpreis 35. Aber ich soll jetzt für einen Sportpreis hergeben, oder was? Das war echt der Wahnsinn. Ich habe da eh mehr. Dann machen wir mal da 100. Aber das ist eh immer so knapp. Den können wir lassen, den können wir lassen. Das andere schaut eigentlich ganz gut aus. Gehen wir mal auf 2 zurück. Da schaut die Energie gut aus. Alles durch mal runter. Jetzt, äh... Blubblubblubbl�, blubblubblubblblblatr. Geil Krotzer. Schauen wir mal, warte mal,には. Was haben wir gleich ansueue? 75, wir könnten noch mal auf 100 verkaufen. Nehmen wir die mal raus. Nehmen wir es noch mehr raus. Schauen wir, wo es gemein ist. Wieder nichts. Was hat man denn dort ist? Verkaufen. 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 Anders noch Salat verkaufen. Ich werde hier rausnehmen. Wir könnten noch mal auf 170 gehen. Strom verkaufen auch meine Masse. Und alle. Ich glaube optimiert. Immer wieder 400 verkauft. So schlimm ist es ja nicht. Ja, was können wir denn da noch hin? Ein paar wunderbare Prozent. Ich glaube, das ist ein paar alles. Gesamt. Gibt es da was anderes außer das kann unser Gebäude für. 200 Bildung Ästhetik. Was sehe ich das da? Unterhaltung. Unterhaltung. Unterhaltungszentrum ist das einzige, das es anscheinend gibt. Aber der Brat hat so einen großen Platz da. Unterhaltung 9. Sieht nicht so gut aus mit der Unterhaltung. Unterhaltung 7. Vielleicht. Ja. Keine Unterhaltungspunkte. Dann könnten wir Hexen sich ausgehen als Sonnenwörter probieren. Wo würde die hinhaben? Wo muss ich da mal rein? Doch, ist die Kleinen. Wo können wir denn da hinbauen? Wo kann man denn da hinbauen? Wo kann man denn da hinbauen? Wo hat da nicht irgendwo einen Fleck, der sich schlecht bebauen lässt? Dann sind wir vielleicht, he? Los. Der hier kann man einfach und einfach nicht einfach. Das ist echt, he. Ich hab' das mal. Nicht viel, aber... Ob da noch irgendwo eins ist? So, hier ist aber ein Quadrat, da wird man noch irgendwas gebaut, vielleicht irgendein fitten ins Gebäude, für die Bank, oder Bürogebäude, Gerechtigkeit, Ästhetik, und da, drei Ästhetik, zwei Ästhetik, Gerechtigkeit, verbraucht aber 20 KW, ja. Verbrüttelt ist das dann nicht, wie schaut es denn aus mit unserer Stromsache, äh, etwas mehr riskieren, wo bauen wir denn noch rein, Bank oder Bürogebäude, Schatz, eine Bank habe ich, Bürogebäude habe ich, Fenes, Eides, Sieg, was sind das, zwei, da ist Bürogebäude, Bürogebäude, Und die Mären ist klar hier, ja. Und ich habe mir hier ein bisschen, wie jetzt wir hier bauen, oder? Sack! Ich habe mir aber hier einst, damit ich hier bauen werde, dass du hier. Ich hoffe, wir bekommen uns nächste Hause hier bauen. Schauen wir mal, wo wir dann noch was optimieren können. Schauen wir mal, wo wir dann noch was aus, wo wir dann noch ein Sieger haben. Ah, Mist. Leiiiider nicht möglich. Mal den Täusch. Ups. Ah, das Hotel. Toll. Fußgängerzone hiebauen. Ab dort zu wählen. Mehr kannst du dann nicht mehr hiebauen. Kacki. Schauen wir mal den Wolfgang. Ah, Wolfgang. Der schaut auch schon so kreislich aus. Ich glaube, da kann man das Haus auf Fußgängerzone auch nix mehr hiebauen. Mist. Schmal, schmal. Und hier. Hier. Meine Kropienopsie ist der Fall? Okay. Nehmen wir mal unsere Nahrung. Rakete kommt. Gerade so. Wasser ist okay. Nahrung. Schauen wir mal. Ich mach damit leid. Brauchen wir den da weg am Ende. Ja, nun. Schauen wir mal. Seid genügend. Probieren wir mal. Statt 2. Können wir da noch irgendwo ein Haus hinkommen? Ich glaub da hinten. Aber ich bin nicht sicher, ob sie da anziehen kann. Ja. Riesenviech da wieder. Boah. Steckt die ja nicht so aus. Steckt die schon wieder mal. Zeppelin im Haus. Ist alles so eng zusammenbaut, gell? Ja. Wollen wir noch nichts mehr hinbringen. Eine große Anlage. Ne. Ne. So rüber. Auch nicht. Sowieso nicht. Können wir nächstens. Ein kleines hinbauen. Oh. Geht ja nicht da hin. So ein Mist. Oh. Das ist ja echt krack, ey. Wäre ich da gar nichts hin. Die Hexen ist das blöde Ding da abreißen da. Oh. Oh Mino. Oh, der haut ein bisschen wenig, ja. Was ist denn da los? Nein, 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 nein. Schwierig, schwierig. Ich schaff's denn da aus. Da war's jetzt gleich wieder. Na ja. Also hauptsächlich Waschmaschinen und Möbel. Ja. Die müssen wir mal herunter tun. Und dort nehmen wir mal Waschmaschinen und Möbel. Waschmaschinen. Waschmaschinen und Möbel. Waschmaschinen und Möbel. Waschmaschinen. Ich hab mal wieder die Dinger erschöptern. Dann schaue ich mal her. Das ist mein Ex. Das ist ein paar Tippen kaufen vielleicht. Die Seite. Kau. Kau. Die Seite. Die Seite. Ich lass mich mal herunter. Das ist eine Schöpfläche, die hier. Da müssen wir ein bisschen zum Kaufen. Wir wollen jetzt bei einem zum Kaufen. Das ist ein Verkaufen, den wir da nicht. Da muss man nicht und dort, den wir bei den Kaufen weiß wenig Eis. Kaufen weiß wenig Eis 20. Kaufen weiß nicht, da kann man Kaufen weiß wenig Eis 20. Ich hab da 3er. Da 3er. Kaufen weiß weniger, das heißt 20. Bescherzt hinter Hause mit der Bevorratung. Der hat zu wenig da. Da müssen wir es anders machen. Das ist ein Verkaufstab. Das ist ein Verkaufstab. Das ist ein Verkaufstab. Das ist ein Verkaufstab. Der hat sich das nicht. das war immer noch in minus immer noch in minus direkt zum minus schauen wir Motoren ja die müssen wir erst einmal produzieren aber ich habe momentan nichts mehr frei zum produzieren man 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 könnte ich auf irgendwas verzichten eigentlich nichts besonderes eigentlich nichts besonderes da sind wir den der Opelisk jetzt am zahlen schon auf die jetzt haben wir die eigentlich für vier hier irgendwie ist es alles nicht so einfach doch da auf dem Platz bin ich mir nicht sicher ob ich den brauche können wir noch ein bisschen Verschönerung machen ganz praktisch das Dreieck und dann die Richtung die die da zacki da die andere Dreieck Verschönerung reinbauen zack da 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 ich 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20. Ja, bitteschön, Muskinga-Zoni hat euch hoffentlich keinen. Wo geht's denn da hin? Oh, jungen und Mädels. Wo haben wir denn unsere Kapsel filtert? Oh, hmm. Trading platform arrived. Explanatys. Oh, ja. Ja, produziere ich dann auch nur Motoren, he? Scherz in der Hals. Oh, ja. Ich muss nicht glauben, hat das das Recht? Und Motoren auch noch. Schau mal, dann können wir den hier ja Motoren verkaufen. Probieren wir's mal auf 10. Habe ich da wahrscheinlich 3, oder? Dass ich da so viel produzieren kann. Ist da oben links? Ach, da habe ich noch 2. Warum kann ich so wegflorzieren? Obwohl ich da auch eine ganze Menge... Komisch, komisch. Komisch, komisch. Hinsige Möglichkeit wir umstrukturieren. Äh. 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 Was haben wir denn da überhaupt? Obst wie höhlich, ja? Trading platform arrived. Mal langsam mal da. Halt. Äh. Wir sind eigentlich zu viel. Ich glaube wir haben die noch mal raus. Juh. Halt damit. Schau mal, was hat unsere Equiproduktion aus. Oh, 31. Ist da eigentlich dickerei. Hauts einmal weg mit dem Ding da, ja. Das ist nicht immer so lange dauern, der. Fix. Füchtein Kacke. Naja. Nun schauen wir uns einmal. Oh, wie das geht. Was baut oder sehen wir denn da zu viel? Dass wir da noch ein drittes 3D-Werk hinbauen können Wunsch. Naja. Warum ist eigentlich ein bisschen zu viel Traum? Aber Weizen? Das ist noch ein Park. Das ist ein Park, weil wir kommen. A Tränen Blackburn arrived. Oh mein Gott. 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 Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. 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 Oh. Oh mein Gott.